Heute habe ich eine Variante ausgewählt vom Six Count Cinnavali. Wir machen als Grundgrößter das Six Count Cinnavali mit allen Schlägen hoch. Das heißt wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schläge und darauf aufbauend ergänze ich jeweils einen Schlag oder mehrere. Okay, also zunächst einmal zum Reinkommen des Six Count Cinnavali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlägen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlägen. Das machen wir jetzt noch ein bisschen weiter und wer das im Schlaf schon kann, der probiert sich jetzt mal mit dem Schmetterlingsschrittmuster, das wir eben gemacht haben. Und zwar können wir jetzt folgendes machen, dass wir immer eine Dreierserie an Schlägen pro Schritt damit reinbauen können. Wenn die Füße eh jetzt gerade überhaupt nicht das machen, was sie machen sollen oder uns das zu sehr ausbringt, dann konzentrieren wir uns lieber erstmal wirklich auf die Arbeit mit den Armen. Die sechs Schläge. Und wenn noch ein bisschen Kapazität im Zusatzspeicher da ist, dann können wir die Schritte mit dazu nehmen. Das heißt, wir machen hier 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 3,4, 7, das immer eine Dreiersequenz. Und weiter. Wer hat keiner, dass ich mich jetzt verlaufen habe? Okay, und eins. Okay, jetzt werde ich die Beine etwas ruhen lassen und konzentriere mich auf die Varianten, unsere Six-Counts. Die erste Variante ist, ich mache den Six-Count und auf Schlag 1 ergänze ich einen Aberniko-Schlag. Das sieht dann so aus. Ich mache Schlag 1, einen Aberniko-Schlag hoch, dann kommt Schlag 2 und Schlag 3. Auf der anderen Seite ist es gleich. Schlag 1, einen Aberniko hoch, dann kommt Schlag 2 und Schlag 3. 1, aber Niko. 2, 2. 1, aber Niko. 2, 2, 2. 1,2, 2. 1,2, 2, 1. 1,2, 1,2, 1. 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Okay, ich zähle wieder die Durchgänge an. Das heißt, wir machen jetzt 10 Durchgänge und einen Durchgang sind alle 6 Schritten. Plus mit Zusatzschluss. Also, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, und 10. Okay, das war Runde Nummer 1. Runde Nummer 2 jetzt, da machen wir den Abanico-Schlag auf den zweiten Schlag. Das heißt also, Schlag 1, weiter, Schlag 2, abanico. Jetzt zurück, und jetzt kommt Schlag 1, Schlag 2, mit Abanico, Schlag 3. 1, 2, Abanico, 3, 1, 2, Abanico, 3. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 9, und 10. Okay. Dritte Variante. Der Abanico-Schlag kommt jetzt auf Schlag 3. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, Abanico. Und dann geht der Schlag 3 nach. 1, 2, 3, das steht bei Nico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2, aber Nico. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zehn. Okay, und weil wir methodisch unterwegs sind, machen wir jetzt die Verkettung der Varianten 1, 2 und 3, Niko Schlag auf 1. Zweite Variante, aber Niko Schlag auf 2. Dritte Variante, aber Niko Schlag auf 3. Machen wir es mal langsam zusammen. Also, erste Variante, die ersten sechs Schläge mit aber Niko auf 1. Also, wir haben erste Variante, 1, aber Niko. 2, 2, 1, 2, 3. Jetzt zweite Variante, aber Niko auf 2. 1, 2, 3. Und dritte Variante, aber Niko auf 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber Niko. Okay. Davon machen wir jetzt 5 Durchgänge insgesamt. Alle drei Varianten miteinander verketten. Und 1. 2, 1, 2, 3. Dritter Durchgang. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Und 3 oder bei 4? Ich glaube, jetzt kommt 4. 1, 2, 3. Das sind 2. 1, 2, 3. Und die fünfte Variante. 1, 2, 3. und drei. Mir fällt es immer schwer, mir zu merken, wann kommt jetzt endlich der Abanico. Deswegen machen wir jetzt die letzte Variante von diesem einen Abanico zusätzlich auf jeden der Abanschläge. Das heißt, wir machen jetzt mit jedem Schlag immer noch einen Abanico dazu. Das sieht dann so aus. Ich mache ein Abanico, zwei Abanico, zwei Abanico, drei, eins Abanico, drei, zwei, drei. Ja, also jeweils ein Abanico ergänzt den Schlag aus dem Sitz. Fünf Durchgänge. Ready? Und eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja. Fünf. Okay. Ja. Kurz mal die Hände auslockern durch drehen der Stöcke zwischen den Handflächen. Okay, gut. Eine weitere Variante ist jetzt, wenn wir Abanico und Redondo miteinander kombinieren. Also der Abanico-Schlag kommt ja auf den Unterarm und die Bewegung, die wir jemals im Keller gemacht haben. Ich habe den Stock an der Hände und mache hier einen großen Schlag. Das heißt, der Sinnavali, der ausgeholtem Schlagmacher, bleibt im Unterarm vorne. Und dann kommt die Rotation aus dem Unterarm. Den ganzen Schlag und dann ein Abanico-Schlag aus dem Unterarm. Der Redondo ist ein großer Kreis. Und wenn ich jetzt hier stehe, mache ich den Kreis vor dem Körper. Das heißt, ich gehe im Grunde von der Mitte auf den Kopf, von hier aus nach außen und komme wieder zurück zur Mitte. So beschreibe ich den Kreis. Der Schlag geht von oben nach unten, im Grunde auf die Hand oder auf den Kopf und bis gegen. Eine andere Variante wäre, wenn ich den Kreis hier auf der rechten Seite als Rechtshänder rechtsbleiben machen würde. Da öffnet sich der Schulterwinkel. Bevor ich wieder den nächsten Schlag machen kann, wenn ich auf der Rückhandseite bin, dann hat der Schulterwinkel geschlossen. Die Schulter bleibt vorne. Okay, links das gleiche. Stock wechselt sich auf die andere Seite, ist also von der rechten Körperseite. Ich mache den rechten Schlag und lasse den Stock vor dem Körper kreisen. Von der Mitte zum Kopf dann nach außen und wieder zur Mitte zurück. Okay, jetzt machen wir das in der Sinawali ein. Ich starte in der Position Six Count, da links Six, mache meinen Schlag ein. Dann wird ein Abanico gegeben. Von hier aus fällt die Stockspitze und startet meinen Versaunloschlag. Und sich wieder in der Ausgangspitze oder an der Lufenschulge angeht. Und dann machen wir den direkt noch einmal. Das heißt, den Redondo verdoppeln wir. Eins, zwei. Okay, also, ja. Schlag eins, Abanico, Redondo, Redondo. Schlag eins, Abanico, Redondo, Redondo. Okay, dann läuft der Six Count weiter. Schlag eins, Abanico, Redondo, Redondo. Schlag geht an die linke Schulter, kommt Schlag zwei hinterher, Schlag drei. Und ich bin auf der anderen Seite. Jetzt das Ganze auf links. Schlag eins, Abanico, Redondo, Redondo. Zur rechten Schulter. Schlag zwei, Schlag eins, Abanico, Redondo. Zwei, drei. Eins, Abanico, Redondo. Zwei, zwei, drei. Ok. Ich zähle die davor. Wir starten jetzt etwas lang. Und. Ich zähle den ganzen Durchgang. Eins. Eins. Zwei. 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 2 2 3 1 Aber nicht gut, red on 1 Aber nicht gut, red on Jetzt sind wir jetzt bei 4 4 6 7 8 8 9 10 8 Ok 3 4 5 6 6 Ok Good 5 6 7 8 9 10 16